seid gegrüßt meine lieben freunde ich hoffe euch geht es gut ich hoffe ihr habt den tag gut überstanden und jetzt bist du dran habe ich dich verlegen gemacht neuer künstler abracadabra der ohrwurm moment noch im kopf ok neuer künstler der irgendwie ein bisschen weiß nicht ich kenne überhaupt nicht überhaupt nicht ich kenne überhaupt nicht noch nie gehört noch nie gesehen und ich bin mal gespannt ich habe über den aber auch nichts so richtig in meinem freund aus meinem freundeskreis erfahren können niemand kennt ihn irgendwie deswegen bin ich da mal gespannt lasst uns doch mal anhören oder gut ja ja Bis zum nächsten Mal. 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 Tschüss.